Hi zusammen, ich bin's wieder, die Dori von BricoFloa und ich begrüße euch heute zu unserem neuen Video. Es geht heute um Teppichfliesen versus Rollenware. Heute möchte ich euch näher bringen, wie gesagt, was die Unterschiede zwischen den zwei Teppichböden sind, was es für Vorteile gibt und auch Nachteile, inwiefern wir da mit Nachhaltigkeit punkten können und wie viel verschiedene Einsatzbereiche es dafür gibt. Also seid gespannt und bleibt dran. Ja, was denn denn eigentlich überhaupt Teppichfliesen? Das werde ich euch jetzt mal vorstellen. Das hier ist zum Beispiel eine Standardmaßteppichfliese von 50 cm auf 50 cm und ja, diese hier ist jetzt zum Beispiel gerade ein Velour, das ist 100% Polypopylen mit einem flexiblen Rücken aus Bitumen. Die gängigsten Arten bei Teppichfliesen sind die Schlinge, der Velour und der Nadelfilz. Teppichfliesen sind natürlich auch erhältlich in ganz, ganz, ganz verschiedenen bunten Farben. Kommen wir nun zu dem Vergleich, denn die ein oder anderen kennen eventuell den klassischen Teppichboden, sprich die Rollenware. Es gibt aber noch ein paar mehr Optionen. Hier haben wir zum Beispiel eine Teppichdiele oder auch eine Teppichplanke. Das ist ein Maß von 100 x 25 cm. Hier haben wir eine Standardteppichfliese mit dem Maß 50 auf 50 cm. Diese gibt es auch in XXL Maß 1 m auf 1 m. Die Rollenware gibt es nur in verschiedenen Breiten der Rolle. 2 m, 4 m und 5 m sind da die gängigsten Auswahlmöglichkeiten. Die Länge könnt ihr natürlich immer individuell bestimmen. Ja, unsere Vorteile sind einfache Verlegung, wenig Equipment, leichte Austauschbarkeit und Reinigung, individuelle Raumgestaltung und leichter Transport. Aufgrund des Bitumenrückens oder auch des Schaumstoffrückens, je nach Teppichfliese, liegt die Fliese lose am Boden durch das Eigengewicht. Daher könnt ihr euch vorstellen, wie einfach sich die Verlegung gestaltet. Für das Equipment braucht ihr tatsächlich nicht viel. Ihr braucht höchstens doppelseitiges Klebeband und ein Cuttermesser. Kommen wir zur individuellen Raumgestaltung. Durch die Vielfalt von Teppichfliesen könnt ihr euren Raum sehr individuell gestalten. Demnach auch verschiedene Farben mischen. Und hier habe ich jetzt natürlich gerade einmal Schlinge und einmal Belua. Aber wenn ihr die einfach Stoß an Stoß legt, dadurch, dass die einmal die gleiche Größe haben, ist es einfach zu akzentuieren oder eben auch Schachbrettmuster zu erstellen und so weiter. Da ist eure Kreativität auf jeden Fall freien Lauf gelassen. Die Austauschbarkeit bei Teppichfliesen gestaltet sich sehr easy. Denn, ja, wer kennt es nicht, man macht mal eine Party, da klatscht mal ein bisschen Rotwein auf dem Boden, auf den schönen Teppichboden. Oder ihr habt ein Baby oder ein Kind, was auch mal gern draußen im Garten war, über den Teppich rennt, ja, oder auch Zigarettenasche. Kann alles passieren. Und ihr denkt euch, ja, super, jetzt habe ich da so ein schönes Brandloch. Ihr nehmt die Teppichfliese einfach raus, geht in unseren Online-Shop, kauft euch eine neue und legt sie wieder rein. Wo ich gerade den Punkt Nachhaltigkeit angeschnitten habe, kommen wir doch mal direkt dazu. Also, bei einer Rollenware ist es natürlich immer so die Sache mit Verschnitt. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen Raum, der ist 3 Meter mal 3 Meter. Es gibt aber nur Rollenware in 2 Meter Breite oder 4 Meter Breite. Demnach müsst ihr die 4 Meter Breite nehmen. Zwar könnt ihr dann eine Länge auswählen von 3 Metern, aber es bleibt auf jeden Fall 1 Meter übrig, den ihr leider in den Müll schmeißen müsst. Das gilt natürlich dann auch für verwinkelte Räume, wo man ganz viel Rolle nehmen muss und ganz viel abschneiden muss. Daher weignen sich da doch dann eher die Teppichfliesen, denn die kann man einfach schön 3 Meter auf 3 Meter kaufen oder in die verwinkelten Räume, je nachdem, so hinlegen, wie sie halt passen. Und zur Not auch mit dem Cuttermesser noch ein bisschen zuschneiden. So, unterscheiden wir nun einmal den Einsatzbereich der verschiedenen Teppichfliesenarten. Unterschieden wird zwischen dem Objektbereich und dem Wohnbereich. Beim Objektbereich brauchen wir natürlich einen robusten Bodenbelag. Und da es natürlich, da es heute um die Teppichfliesen geht, brauchen wir eine robuste Teppichfliese. Demnach zum Beispiel Nadelfilz oder die robuste Schlinge. Da braucht man natürlich zum Beispiel eine Stuhlrolleneignung, wenn man diesen Bodenbelag in ein Büro legen möchte oder zum Beispiel in Aktionsflächen, in Kaufhäusern, anderweitig auch im Hotel. In der gehobenen Gastronomie ist es üblich, dass oft ein sehr robuster Velour gelegt wird. Demnach kann man also auch Velour in den gewerblichen Bereich einbinden. Durch die sehr starke Schalldämmung ist es, wie gesagt, sehr angebracht, auch Textilienbodenbelag eben in Einrichtungen wie Hotels oder Gastros einzubinden. Und somit, falls ihr mal ein Restaurant eröffnen wollt, nehmt auf jeden Fall den Textilienbodenbelag. Im Wohnbereich ist es dann am einfachsten oder beziehungsweise am gängigsten, eben den Velour zu nehmen, zum Beispiel eben fürs Schlafzimmer, weil er schön weich ist, fürs Kinderzimmer oder auch zum Beispiel die Schlinge für ein kleines Heimbüro. Ja und denkt dran, wenn ich diesen Boden hier sogar legen kann, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch. Also das nächste Projekt, würde ich sagen, ist einfach mal das Schlafzimmer mit Teppich auslegen, oder? Wir haben natürlich heute auch wieder eine Empfehlung für euch. Wir empfehlen euch Shartex Teppichfliesen. Diese verfügen über verschiedenste Farben, Ausführungen und Preise. Wir unterscheiden jetzt nochmal zwischen Objektbereich und Wohnbereich. Fangen wir mit dem Wohnbereich an. Da empfehlen wir euch Shartex Living. Das ist so ein bisschen der Preiseinsteiger, ist perfekt für den Dachboden, fürs Kinderzimmer. Das ist eine einfache Schlinge und somit auch komfortabel. Soll es ein bisschen hochwertiger sein, dann empfehlen wir euch definitiv den Shartex Simply Soft. Das ist eben eine Velour, super fürs Schlafzimmer und eine sehr, sehr gute Qualität. Für den Objektbereich, wenn es zum Beispiel um den Ladenbau geht oder Büros, empfehlen wir euch Shartex Traffic oder Traffic Plus. Anderweitig auch True Colors. Das ist eine einfache Schlinge. Das waren nun schon mal die ersten Informationen über Teppichfliesen. Wir hoffen natürlich, wir konnten euch einiges näher bringen und ihr konntet etwas lernen. Ja und übrigens, im zweiten Video geht es weiter. Da zeige ich euch, wie man Teppichfliesen verlegt und noch ein paar individuelle Raumgestaltungen, ein paar Inspirationen von uns. Somit heißt es dranbleiben und liken nicht vergessen, aktiviert die Glocke, folgt uns auf Instagram und falls ihr Fragen habt, dann gerne einfach einmal unten ins Kommentarfeld. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!